so liebe leute hier kommt jetzt gesehen die gewinner von meinem weihnachtsgewinnspiel 2018 kurz erklärt es hatte ja ein weihnachtsgewinnspiel gemacht gehabt dieses jahr und da gab es da verschiedene preise zu gewinnen in dem fall gab es super Mario Party Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion und Pokemon Let's Go zu gewinnen. Erstmal dankens mich für die riesige teilnahme von allen leuten die daran teilgenommen haben und ja natürlich kann es jeder gewinnen es haben vier leute gewonnen und ich habe das ganze wie bereits erklärt an dem tag dem abend ausgelost am 26.12 um 18 uhr war ja deadline und alles was dann geschrieben wurde kam eben mit rein diese wertung in dieses los verfahren ich habe doppelte kommentare weggestrichen also also es hat wenn jetzt jemand zweimal dieselbe nachricht geschrieben hat ich habe das gefiltert mit dem hashtag gewinnspiel jeder der den filter drin hatte hat teilgenommen und wenn ich nachrichten zweimal gab was es auch gab wurden die natürlich rausgenommen aus dem gewinnspiel so habe ich eben einfach zum zufall die leute gestürmt habe geschaut ob das mit dem geben so passt bei der ersten runde hat es ganz gepasst bei der zweiten hat es dann gepasst und ich bin zu folgen deren ergebnis gekommen los geht's mit dem super Mario Party und das gewinnt deren nutzer mk8 player so heißt er ich würde es bitten dass du dies bei mir per pn meldest damit wir die ganze sache abwickeln können einfach auf insta oder sonst was schreibt da noch mal alle drauf und ich würde generell die gewinne bittend sich via instagram twitter discord irgendwie per pn zu melden also mk8 player so heißt erster gewonnen hat der bekommen super Mario Party oder die bekommen super Mario Party für nintendo switch ich habe mir das hier auf ein wortdokument übrigens notiert gehabt die gewinner falls die leute fragen woher habe ich das ich habe mir das hier notiert gehabt an dem tag wisst bis heute so sieht es aus so weiter geht's mit markt 8 deluxe das hat der user moritz gewonnen heißt er und da habe ich mir wirklich ein screenshot von den gemacht mit profilbild und mit seinen sender damit weil es bestimmt mehrere leute gibt die mords heißt dass andere ankommt sagen ja das hat mir gehört oder so ich kann nachverfolgen wer das genau war um da irgendwerst wege auszuschließen dann jetzt weiter mit pokémon let's go evoli das hat der st niritiro gewonnen herzlichen glückwunsch und ja bin ich besonders gefreut weil du das wirklich sagen in der community bist denke mal wirst es freuen und zu guter letzt und auch dafür herzlichen glückwunsch an die gamer also die gamer du hast du es ist menschen gewonnen also ich schreibe wie gesagt die namen noch meine video beschreibung damit es da keine irgendwie probleme gibt oder ähnliches und ja gewonnen haben wir gesagt ich lese mal vor mache super mario party mk8 player markt 8 deluxe hat der moritz gewonnen du es ist menschen hat die gamer gewonnen und pokémon let's go hat mir hier geworden herzlichen glückwunsch sind alle gewinner und für die die heute leider oder diesmal nichts gewonnen haben kopf hoch ich mache im februar sowas und wieder ein gewinnspiel wo ihr teilnehmen könnt es wird in zukunft öfter welche geben natürlich bin ich jetzt kein nintendo der jetzt hier dreist wird es so ein 53 ds konsolen verlosen kann aber immer wieder so aber immer wieder so kleines du es müsst es schon machen so das war's mit dem video herzlichen glückwunsch an alle gewinner wie gesagt in der video beschreibung stehen direkt oben noch mal den neuen namen drin und die spiele die die personen gewonnen haben und ja damit danke ich mich ganz herzlich vom schoßhauen macht's gut bis zum nächsten mal und ciao